In Annie Scorthy, das Athenium Theater, wurde sogar von Irland selber als Haunted Location betitelt und das würdest du hier in Deutschland nie erleben. Da war es tatsächlich so, dass ich in einem Raum, wo früher eben auch der irische Bürgerkrieg und alles eine Rolle gespielt hat, da ging es mir plötzlich gar nicht mehr gut. Irgendwas ist mit mir passiert. Man hat später gesagt, wie so ein Resetknopf, der plötzlich bei mir alles runtergefahren hat. Kamera konnte ich nicht mehr halten. Ich musste aus dem Raum raus. Ich bin da zusammengesackt. Herr Böhm, Sie haben ein außergewöhnliches Hobby. Sie gehören dem Ghost Hunter Explorer Team an, das seit 2011 dem Namen folgend auf Geisterjagd ist. Sie untersuchen als Lead Investigator mögliche Ursachen für paranormale Phänomene und auf ihrer Homepage findet man genau das, was man unter dem Thema Spuk erwarten würde. Ich zitiere, Sie schreiben, wir sind sowohl in Burgen und Schlössern unterwegs als auch in sogenannten Lost Places und an anderen historisch interessanten Orten. Ich würde mit Ihnen gern über Ihre Erfahrungen und Erlebnisse sprechen. Zunächst aber mit einer persönlichen Frage beginnen. Was hat Sie zu dieser Tätigkeit gebracht? Gab es da ein besonderes, persönliches Erlebnis? Das ging ja in die familiäre Geschichte, kann ich da reingehen. Und das war bei meiner Schwester tatsächlich so, dass sie in einem alten Haus gewohnt hat. Mittlerweile nicht mehr. Aber das war tatsächlich so, dass sie mich mal angerufen hat und gesagt hat, Micha, irgendetwas passt ja nicht. Komischerweise, meine Kinder rufen nach mir, obwohl ich sie gar nicht gerufen habe. Und sie sagen, irgendjemand hat meinen Namen gerufen. Das war so ein Phänomen. Die haben dann auch abends, wenn sie sogar die gemütliche Zeit eingeläutet haben, haben sie Schritte oben gehört im Haus, wo sie gesagt haben, wer läuft denn da? Da ist ja gar niemand. Und das war so ein Punkt, wo sie mich dann angeschrieben hat oder angerufen hat und gesagt hat, Micha, das ist ja komisch. Du interessierst dich ja für diese Thematik ein bisschen. Schau doch mal. Und ich habe das tatsächlich gemacht, habe gesagt, ihr geht bei jetzt schlafen, ich bleibe jetzt einfach mal wach, ich möchte es selber mitkriegen. War aber dann in dem Fall nicht so. Der auslösende Punkt für mich war einfach dann der, dass meine Schwester mir ein Foto gezeigt hat, so Selfie, und hinter ihr ein Schatten aufgetaucht ist, wo man sagt, das passt nicht zu dir, niemals. Und das war für mich so dieser Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, gibt es da tatsächlich mehr, wo man sich nicht erklären kann? Und das war für mich, wie gesagt, mittlerweile schon fast seit zwölf Jahren. Ich habe da schon in einem anderen Team gearbeitet und seitdem bin ich einfach, ich will schon fast sagen, als Lebensaufgabe mich mit diesem Hobby beschäftigt. Aber damals hatten Sie selbst diese Phänomene nicht miterlebt? Ich selber habe noch damals noch nichts erlebt. Ich habe schon viel recherchiert und auch mal nachgelesen. Internet sei Dank, kann man das ja machen. Aber der Schlüsselmoment war tatsächlich der und seitdem ist da einfach alles für mich so der Punkt, wo ich einfach sage, okay, ich möchte mehr wissen, was es da gibt. Wie kam es zur Gründung des Ghost Hunter Explorer Teams? Wir sind die Gettis. Ja, also von dem her, wir hatten einfach lauter Leute hier in der Ecke, sage ich mal, ich komme hier vom Raum Bodensee, wo einfach Leute da sind, die auch diesem Hobby sich, ich will schon sagen, auch als Aufgabe das sich gesetzt haben. Und dann haben wir uns einfach mal an den Tisch zusammengesetzt. Die Chemie hat gepasst und so hat sich eigentlich das Team dann gegründet. Und wir haben uns gleich auf die Fahne geschrieben. Wir wollen versuchen, Vergleiche zu ziehen, deswegen Burgen und Schlösser. Wenn wir die Möglichkeit haben, da mal reinzuschauen, paranormale Phänomene festzustellen. Hat der Burgherr, hat die Schlossverwaltung selber schon was erlebt? Das ist so unser, sage ich mal, Steckenpferd, wo wir gesagt haben, da wollen wir dranbleiben. Und nicht nur hier im Bodensee-Bereich oder hier in Baden-Württemberg, sondern wir gehen eigentlich teilweise durch ganz Deutschland. Also wir gehen auch ins Ausland, mal Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, auch schon Irland, unser Favorite. Also wir waren schon echt überall unterwegs. Sie sind ja nicht ausschließlich an geschichtsträchtigen oder spukträchtigen Orten unterwegs, sondern bieten über Ihre Homepage auch an, dass Menschen sich bei Ihnen melden können, die mit paranormalen Phänomenen in ihrem Umfeld zu tun haben. Passiert es öfter, dass Sie dann auch einfach private Räumlichkeiten oder Gegebenheiten untersuchen? Wir waren am Anfang schon auf diesem Level, dass wir gesagt haben, okay, Privathaushalte sind für uns auch mega interessant. Also gerade aufgrund meiner Schwester-Geschichte will ich schauen, gibt es da noch andere Leute, die etwas Ähnliches erleben. Das war so einfach unser Ding. Mittlerweile sind wir da ein bisschen zurückgegangen, weil einfach so die heutige Medienwelt relativ viel Preis gibt. Also gerade so diese Sender, wo es da so gibt, die einfach sagen, okay, wir stellen das auch mal dar, meistens so ein bisschen in übertriebenem Maße, wo ich immer sage, Hollywood lässt grüßen. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Wir hören uns Privathaushalte an, klar, haben aber da auch in Kontakt mit der IGPP in Freiburg unten, die wir dann teilweise auch dann vermitteln, weil wir immer sagen, okay, das ist für uns so dieser Kosten-Nutzen-Punkt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und meistens ist es auch mittlerweile ein Punkt, wo viele sagen, ja, wir erleben zwar Dinge, aber wir müssen einfach hier auf die rationale Ebene auch aufpassen. Das ist der Punkt. Und wenn manche wollen dann eher auf der paranormalen Schiene irgendwelche Ergebnisse oder Erlebnisse erzählen, die wir dann sagen, okay, es gibt eine rationale Erklärung, das darf man nie außer Acht lassen. Und da sind wir einfach dann mittlerweile ein wenig vorsichtig, ob wir jetzt alle Phänomene, die wir da auf den Tisch gelegt bekommen, sagen, okay, das ist jetzt wert, da hinzufahren. Deswegen Privathaushalte gegebenenfalls ja, aber auch mit der Option, an die IGPP zu verweisen. Was sind das für Phänomene, mit denen Sie konfrontiert werden? Da kann man, ich glaube, von Anfang von teilweise Leute, die glauben, dass da irgendein Schatten durch die Wohnung huscht. Da geht es dann weiter, dass dann plötzlich sich Sachen bewegen oder irgendwas plötzlich vom Tisch fällt, was total untypisch ist. Da haben wir wirklich die volle Breitseite, sage ich mal, so erzählt bekommen, wo man sich immer sagt, wenn wir dann auftauchen – ich sage immer, das ist eine Momentaufnahme, wenn wir da sind. Wenn das alles passieren würde, wenn wir da sind, mega. Aber meistens sind es vielleicht so zwei, drei Prozent von dem Ganzen. Und wir versuchen mit unserer Technik, die wir ja dabei haben, das Versuchen aufzuspüren und festzuhalten, ist manchmal schon eine Herausforderung. Ihr Team ist seit 2011 unterwegs. Sie recherchieren, dokumentieren, sind aber auch mit Videokameras unterwegs. Gab es in dieser Zeit Vorkommnisse, die Sie besonders beeindruckt haben und die Sie mit Geräten auch dokumentieren konnten? Also wir haben sehr viel Technik am Start, manchmal vielleicht sogar zu viel. Das ist auch immer der Punkt. Aber wir haben eben im Full-Spectrum-Bereich mit den Full-Spectrum-Kameras mittlerweile ganz tolle Aufnahmen machen können, gerade im Schlosshotel Waldlust, das schon jahrelang leer steht, wo aber mega Geschichte hat. Und da haben wir schon tatsächlich diese typischen Schattensichtungen teilweise jetzt festhalten können. Wir haben auch mit Diktiergeräten oder anderen Aufnahmegeräten, also im EVP-Bereich, Electronic Voice Phonoma, also Sprachphänomene aufzeichnen können, wo wir tatsächlich Schritte aufzeichnen konnten, wo wir gewusst haben, über uns kann gar niemand mehr gewesen sein. Tiere, na klar, nicht auszuschließen, haben wir immer gesagt, kann das sein. Aber das wäre ein Tier mit kleinen Stöckelschuhen, das da nicht langlaufen kann. Deswegen haben wir da echt schon mega coole Ergebnisse mittlerweile festhalten können und auch dokumentieren können. Das ist unser Anliegen, mal nach außen zu zeigen, was kriegen wir mit. Also immer dieser Unterschied, was erlebst du vor Ort und was zeigt nachher die Analyse. Das heißt, es gibt akustische und auch visuelle Dokumente? Da sind wir schon im Infrarotbereich, haben Handkameras, wir haben verschiedene Full-Spectrum-Kameras, wir haben auch andere Gerätschaften, die, sag ich mal, im Bewegungsmelderbereich, da haben wir jetzt gerade was Neues wieder am Start, diesen Shadow-Tracker, den wir jetzt quasi einsetzen wollen. Da gehen wir in eine Testphase rein und sagen, okay, wir untersuchen jetzt einfach mal und lassen mal diese Geräte mitlaufen, mal schauen, was es bringt, ob es was bringt. Und das ist das Spannende an dem Hobby. Man weiß nie vor Ort, was heute passiert. Und da sind wir immer froh, wenn irgendwelche Objekte wieder untersucht werden dürfen. Und dann kommen wir einmal vorbei und schauen. Ist das, was Sie tun, einfach ein Hobby nach dem Motto, schauen wir mal, was passiert, was die Situation mit mir macht? Oder haben Sie auch in irgendeiner Form wissenschaftliche Ansprüche? Initiieren Sie beispielsweise Experimente, um zu sehen, unter welchen Umständen etwas passiert oder nicht passiert? Also wissenschaftlich ist für mich so schwierig. Wir versuchen, dokumentarisches festzuhalten. Wir können auch sagen, wir haben jetzt nach zwei Jahren diese Ergebnisse mit diesem Gerät festgehalten. Es hat sich tatsächlich einen Wiederholungsfaktor gegeben, der einfach sagt, okay, mit dem Gerät hast du diese Analyse erstellt. Aber wir sind da schon sehr kritisch und versuchen unser Möglichstes in diesem Bereich. Dass Sie bei Ihrer Arbeit von Menschen, die ausschließlich naturwissenschaftlich orientiert sind, naturalistisch orientiert sind, skeptisch beäugt werden, das liegt nahe. Stört Sie das? Gar nicht. Also muss ich sagen, es darf auch kritisch beäugt werden. Das soll es ja auch. Also das tun wir ja selber auch. Wir stehen da mittlerweile sehr, sehr gut drüber und sagen, okay, wir geben unsere Meinung und ihr, du hast deine Meinung. Wir sind da für alle Gespräche offen, sage ich immer. Was ist im Großen und Ganzen Ihre Weltsicht? Hat sie sich durch Ihre Arbeit verändert? Ich denke mal, dass es da einfach schon Phänomene gibt. Ich spreche jetzt nicht mehr vom Geist. Ich finde immer so klischeehaft. Es gibt Energien, die einfach vielleicht mal Einfluss auf einen nehmen können oder die einfach denn da stattfinden können. Deswegen sage ich jetzt einfach, die geistige Welt, die kann da schon irgendwie eine Rolle spielen. Das habe ich einfach jetzt durch diese ganze lange Jahre Tätigkeit selber erfahren dürfen, selber erleben dürfen. Wenn man mich immer fragt, hast du schon mal einen Geist gesehen oder glaubst du, dass es Geister gibt? Dann sage ich, ich spreche nicht vom Geist. Es gibt Energien, es gibt Spirits, die da vielleicht tatsächlich Einfluss nehmen können. Ob das jetzt objektechnisch behaftet ist, das habe ich jetzt letztes Jahr in Irland wieder erleben dürfen, ganz eindrucksvoll für mich, heute noch. Also würden Sie nicht einfach platt sagen, ja, es gibt Geister, obwohl sie Geisterjäger sind? Nein, um Gottes Willen. Man muss einfach immer nur beide Seiten sehen. Wenn man über diesen sogenannten Tellerrand schauen kann, gerade bei diesem Hobby, das finde ich ganz wichtig. Sie haben natürlich viel auch mit Skeptikern zu tun. Konnten Sie schon irgendetwas ganz Konkretes dokumentieren, wo ein Skeptiker mal gesagt hat, wow, das hat mich jetzt wirklich überzeugt? Das war tatsächlich so und das war für mich so dieses fast schon Wow-Effekt, würde ich sagen. Also wir hatten hier auf dem Friedinger Schlössl, der nennt sich das, ein Naturwissenschaftler da, der gesagt hat, ach komm, das Gerät, das kann ich erklären. Da haben wir hier elektrische Leitungen, dann funktioniert das. Und dann wurde quasi auf Ansage, weil das Gerät da klar ausgeschlagen hat. Und der hat dann tatsächlich am Abend, also bevor er dann diese Veranstaltung verlassen hat, gesagt hat, jetzt muss ich mal darüber nachdenken, was passiert da jetzt gerade? Also dieses Nachdenken kam dann schon und das finde ich dann das Spannende an der Sache, dass man sagt, okay, dieses über den Tellerrand mal rausschauen können. Erzählen Sie bitte genau, was ihn dann überrascht hat. Es gab ein elektromagnetisches Feldmessungsgerät, das wir da dabei hatten und das haben wir gesagt, okay, nehmen Sie das jetzt mal bitte in die Hand. Und wir waren dann in so einem Küchenbereich unterwegs in dieser Burg und das hat dann Anfang ausschlagen. Da war dann klar erst mal diese These, okay, hier haben wir welche Elektrik, da hinten steht ein Kühlschrank und so weiter, dass es Einfluss nehmen könnte. Okay, alles passt. Und dann war einfach in diesem Gespräch noch gesagt, okay, wenn der Koch oder vielleicht eine Markt hier ist, die vielleicht früher hier mal gelebt hat, dann lass das Gerät einfach mal los oder tritt mal weiter weg, dass es einfach nicht mehr ausschlägt. Wupp, war das Ding ruhig. Und er hat dann weiter probiert mit dem Gerät, mit dem EMF-Messgerät und es tat sich nichts mehr. Und ein Kollege damals, der das eben geleitet hat, der hat gesagt, okay, wenn du doch wieder da bist und komm doch wieder hierher rein in den Raum und zu uns, dann sehen wir das wieder klar durch das Gerät. Das hatten wir dann tatsächlich dann Anfang ausschlagen. Und das war für ihn so nicht nachvollziehbar. Wieso? Das kann doch nicht sein. Und das Spiel ging zwei-, dreimal hin und her. Und am Abend war das dann nachher in der Pause, die wir da auch hatten, war das absolut Gesprächsthema bei ihm. Und ja, für uns natürlich spannend, dass er das selber erleben durfte. Solche unerwarteten Effekte haben Sie schon oft erlebt? Absolut. Ich muss da immer Sonja auch zitieren. Es gibt ja einen Spukforscher aus Freiburg, der sagt, Spuk ist flüchtig. Und das ist tatsächlich so. Also wenn Kameras aus sind, dann passiert plötzlich was und du denkst, Mensch, jetzt hätte eigentlich die Kamera das einfangen sollen oder aufzeichnen können. Also dahergehend, ja, definitiv. Hat sich Ihre Weltanschauung durch Ihre Arbeit als Lead Investigator verändert? Ja, definitiv. Inwiefern? Also ich bin da, ja, man fragt immer, was passiert danach? Also wenn irgendwie man nicht mehr auf dieser Welt ist, was passiert allgemein danach? Diese Frage habe ich für mich beantworten können, sage ich mittlerweile. Ich bin da relativ entspannt. Ich scherze da eigentlich schon immer ein bisschen rum, wartet mal ab. Wenn ihr jetzt zu mir nicht so brav seid, dann werde ich vielleicht im späteren, weiteren Leben oder im nächsten Leben, wie auch immer, werde ich da schon meine Späßchen haben. Man scherzt da so. Aber wenn man das Thema einfach ernst aufgreift und das tun wir wirklich, dann weiß ich schon, dass ich da eine andere Ansicht habe, wie es vielleicht vor 20 Jahren noch hatte. Sind Sie von einem Leben nach dem Tod überzeugt? Ich glaube, ja. Definitiv. Lassen wir mal die materialistische Weltanschauung außen vor. Sie gehen im Grunde davon aus, dass es Geister gibt im Sinne von Menschen, die nach dem Ablegen ihres Körpers in einer jenseitigen Welt existieren und Kontakt zur diesseitigen Welt aufnehmen können. Stimmt das so? Mhm. Ich glaube, dass wir da nicht pauschal sagen können, das funktioniert auf jeder Ebene. Ich glaube, das gibt es einfach aufgrund der Fülle von Phänomenen, die wir festgestellt haben. Sagen wir einfach, das ist jetzt nicht so pauschal, die kommen einfach dann hierher und dann hier – ich schubs jetzt mal ernsthaft vom Tisch. Ich glaube, dass da schon, will ich jetzt behaupten, ein Aufbau da stattfindet, dass das der eine mehr und der andere sich mehr präsent zeigen kann. Inwiefern das dann aber ist möglich, das gilt es immer für uns noch herauszufinden, weil wir einfach eben diese – ich spreche jetzt einfach mal von Irland, wo ich ein Kind sehen durfte, tatsächlich ein Kind. Das hat mir so die Füße weggezogen, wo ich gedacht habe, das gibt es tatsächlich. Also ich durfte das selber erleben. Letztes Jahr, wo plötzlich eine Tür gepoltert hat, also dieses sogenannte Poltergeist-Phänomen, das man immer so wieder anspricht. Erzählen Sie das doch bitte im Detail. Okay. Also Irland war letztes Jahr schon so, das gab es das Athenium Theater, wurde sogar von Irland selber als Haunted Location betitelt. Und das würdest du hier in Deutschland nie erleben. Und da war es tatsächlich so, dass ich in einem Raum, wo früher eben auch der irische Bürgerkrieg und alles eine Rolle gespielt hat, da ging es mir plötzlich gar nicht mehr gut. Irgendwas ist mit mir passiert. Man hat später gesagt, wie so ein Resetknopf, der plötzlich bei mir alles runtergefahren hat. Kamera konnte ich nicht mehr halten. Ich musste aus dem Raum raus. Ich bin da zusammengesackt. Ein Kollege sagte dann zu mir, Micha, ich glaube, du musst da rein, weil irgendwas mit einer irischen Seele könnte, also Vermutung, irische Seele könnte da in Verbindung stehen, die da auf was wartet. Irgendjemand wartet und und und. Bin dann später auch noch mal rein und habe gesagt, okay, wenn jetzt jemand ist und das mit mir zu tun haben sollte, dann ist es völlig in Ordnung. Du brauchst hier nicht bleiben. Geh einfach weiter. Du brauchst hier nicht verweilen. So wie es passiert ist, ist es völlig in Ordnung. Habe ich so in den Raum reingesagt. Und wenn du mich jetzt verstanden hast, habe ich es in Deutsch und Englisch gesagt, hat die Tür anfangen zu poltern. Richtig so bumm, bumm. Und das war für mich so ein Effekt. Ich bin erst mal zurück. Auch Peps, die mit uns in mir im Raum war, die hat gesagt, was ist jetzt passiert? Der erste Moment war, okay, komm, ihr uns einen Luftzug durch die Tür, kann ja sehr bewegt haben. Das haben wir versucht nachher nachzustellen. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt durch das ganze Theater, mache alle Türen auf und zu, Luftzug. Das ist vielleicht … Es war nicht nachvollziehbar. Und der Punkt war mir bis heute einmal absolut noch heute noch im Kopf, was damals passiert ist. Das waren auch alle anderen Teams, die das mitbekommen haben. Die haben gesagt, was ist mit dir da passiert? Das ist nicht nachvollziehbar. Vier Jahre zuvor, Liebcastle, auch eine Mega-Geschichte gewesen. Liebcastle kannten wir auch als Haunted, Most Haunted. Das durften wir untersuchen. Es gibt eine Bloody Chapel im oberen Bereich. Und wir haben im Laufe des Abends herausgefunden, dass da Kinder oder zwei Mädels eine Rolle spielen könnten. Da waren zwei Mädels bei uns im Team, die gesagt haben, eine Rachel eventuell. Und dann sind wir zu den Burgherren gegangen und haben gesagt, kann es sein, dass hier etwas mit Kindern passiert ist? Weil es steht nichts im Internet. Wir haben schon viel recherchiert, aber das wussten wir nicht. Und dann haben die gesagt, tatsächlich, eine Rachel war hier im Schloss unterwegs. Die ist von der Burg durchspielerisch absichtlich, wissen wir nicht, runtergefallen, zu Tode gestürzt. Okay, wir gehen in die Burg hoch, wir schauen noch mal, was passiert. So, stand in dieser Bloody Chapel drin, haben mich dann noch mal umgeschaut. Was ist, wo sind die ganzen Leute von mir, wo stehen die alle? Und Pep sagt noch, so aus dem Bauchgefühl heraus, ich glaube, sie kommen jetzt gleich zur Tür rein. So, der Punkt, Micha, na klar, cool, Kamera im Anschlag, Gerät in der Hand, Richtung Tür gelaufen, schau noch mal nach hinten, wo alle stehen, schau zu dieser Tür hin und sie ein kleines Mädchen vor mir stehen, das mich so angeschaut hat. Und das war für mich so überwältigend. Und du erwartest sowas ja eigentlich gar nicht, auch wenn man es sich vielleicht wünscht. Und dieser Punkt, der hat mir so die Füße weggezogen, wo ich dem Team gesagt habe, ich habe es gesehen. Ich habe es tatsächlich gesehen. Heulend bin ich zusammengebrochen. Alle sind zu mir gestürmt. Dann haben sie gesagt, Micha, was ist los mit dir? Und das Mädchen, was ich damals gesehen habe, damals hätte ich es noch zeichnen können. Ich kann aber heute auch noch nicht zeichnen. Von dem her ist egal. Aber das war ein eindrückliches Erlebnis, was für mich so dieses Hobby wieder ausmacht. Du erlebst Dinge, die du wahrscheinlich so im Alltag nie erleben würdest. Wie geht es Ihnen innerlich bei solchen Erlebnissen? Gibt es da auch unangenehme Momente? Angst, Panik, Grusel? Man denkt viel nach. Schlecht oder Grusel – nein. Man geht immer mit Respekt an so eine Sache ran. Das ist so. Und gerade wenn solche Dinge eigentlich passieren – komischerweise immer in Irland. Ich weiß nicht, warum dort – auch in Schloss Hotel Waldlust habe ich schon viele Dinge erleben dürfen. Also auf emotionaler Ebene, sage ich jetzt mal. Man beschäftigt sich damit. Man denkt auch immer wieder mal, wenn man so eine ruhige Minute hat, was ist da tatsächlich mit dir selber passiert? Aber ja, es ist einfach so ein Punkt, den man einfach erleben durfte. Und ich habe ja auch mit manchen Medien mal Kontakt, die sagen, die geistige Welt entscheidet, was du erleben darfst und was nicht. Und wann der Punkt für dich da ist, dass du das dann auch klar verstehst, was da passiert. Aber ja, mittlerweile kann ich ganz gut mit damit leben. Kritisch gefragt. Ihre Untersuchungen haben ohne Zweifel seelische Auswirkungen. Die Tätigkeit macht etwas mit ihnen und sie wissen nicht genau, was. Gleichzeitig ist klar, ganz allgemein, dass uns allen von dem, was innerlich passiert, nur ein kleiner Teil bewusst wird. Vielleicht nur das, was wir eben begreifen und verarbeiten können. Haben Sie nicht Sorge, dass Sie durch Ihre Arbeit in irgendeiner Form einen seelischen Schaden erleiden könnten, der Ihnen zunächst gar nicht bewusst wird, gar nicht bewusst werden kann? Das ist eine gute Frage. Also ich kann es so eigentlich nicht mal richtig beantworten, was das mit mir macht. Man geht schon in den Alltag rein und im Alltag verdrängt man vielleicht das Ganze auch, sage ich jetzt mal. Was es jetzt aber über die Jahre mit mir gemacht hat, ich denke, ich bin ruhiger für mich geworden. Früher war ich viel hektischer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin heute noch ein bisschen hektisch. Ich bin auch die Terrorkröte, sage ich immer. Aber ich bin in mir selber, wenn ich so mal abends hier sitze oder auf dem Balkon sitze, mal in Ruhe und so. Ich glaube, man denkt viel – ich sage ja, für mich persönlich bin ich ruhiger geworden. Das ist tatsächlich so. Und umgekehrt betrachtet, Sie haben keine Sorge, dass durch solche Überraschungen beispielsweise das Thema Angst mehr Raum einnehmen oder das Potenzial für Panikattacken wachsen könnte? Nein, gar nicht. Da bin ich eher der entspannte Typ geworden. Anfangs vielleicht nicht so unbedingt, aber mittlerweile weiß ich damit umzugehen. Das fragt man mich auch immer wieder. Hast du keine Angst, wenn du jetzt da nach Hause, du nimmst was mit nach Hause oder dass dann hier bei dir in der Wohnung, sage ich jetzt mal, Sachen passieren? Ich bin da mittlerweile entspannt und kann damit eigentlich ganz gut umgehen. Haben Sie bestimmte Strategien, um sich zu schützen oder ist so ein Schutz nach Ihrer Meinung gar nicht nötig? Gar nicht. Anfangs hatten wir das mit diesem Schutz. Da sind wir einfach so in sich da gestanden und haben so ein kleines Gebet für uns gehabt. Das könnte ich heute nicht mal mehr sagen, was es da genau ging. Dass wir einfach sagen, okay, ich möchte alle geistige Welt, die jetzt da war, die soll auch hierbleiben und ich möchte jetzt nichts damit nach Hause nehmen. Mittlerweile gehe ich da ganz anders damit um, weil ich einfach auch festgestellt habe, für mich, wenn ich dann offen bin für sowas, also wenn ich die Technik, die läuft zwar mit, aber wenn ich die Technik einfach mal sage, okay, die ist jetzt einfach da, aber die blende ich jetzt einfach mal aus, dann erlebe ich viel intensiver Sachen, als wenn ich jetzt sage, okay, wo passiert jetzt irgendwas, wo geht ein Gerät jetzt an? Da bin ich also schon mittlerweile auf dem Level. Ich gehe in die Materie rein, in die Untersuchung auch rein, und lasse es einfach die Situation auf mich zukommen, die es da vielleicht auch gibt, dass die Technik mal nicht eine Rolle spielt. Sie haben also keine Erwartungen oder Ziele, mit denen Sie Ihre Untersuchungen durchführen, einfach offen sein? Genau. Man geht gar nicht mit Erwartungen irgendwo hin. Es gab mit Sicherheit auch Untersuchungen, wo wir sagen, okay, außer Späße ist nichts gewesen. Wir gehen heute hier ins Hotel und hatten eine schöne Ecke gesehen und mehr war es eigentlich noch nicht. Erwartungshaltungen darf man, glaube ich, da auch gar nicht haben. Ja, hier haben wir jetzt die Mega-Location, hier haben wir jetzt die Mega-Story dahinter, da muss ja was jetzt passieren. No way. Also wir gehen da sogar eher gerne vielleicht sogar in Locations rein, die eigentlich vom Spuk überhaupt nichts gehört haben oder auch in der Historie vielleicht da gar nicht ganz eine Rolle spielen. Verhindert die Erwartung, dass etwas passiert? Ja, würde ich definitiv sagen. Also die Erwartung verhindert definitiv da, wenn man jetzt heute Abend hier auch da vorne ist jetzt der OP-Saal oder da ist jetzt solch mal ein Krankenhaus, da muss ja… Also wenn man da so mit so einem Gedanken reingeht – ich glaube, das wissen auch andere Teams, die sowas schon länger machen – du darfst einfach nicht mit einer Erwartung irgendwo reingehen. Das ist ganz wichtig, glaube ich, bei diesem Hobby. Weil Erwartungen zu konkret sind? Ja, genau. Weil man ja will ja, dass dann irgendwie das Gerät ausschlägt. Man will ja denn Aufzeichnungen haben, die, sag ich mal, irgendetwas belegen oder einen Namen ausspucken und fragt ja, wer ist denn hier, wie ist denn dein Name? Das darf man nicht. Umso überraschter oder cooler ist es im Endeffekt nachher, wenn in Analysen tatsächlich diese Sprachaufzeichnung sagt, da kommt ein Name, da kam plötzlich eine Stimme, die nicht zu uns gehört oder so. Das ist das, was mich dann immer so, dieses Spannende an der Sache allgemein bei diesem Hobby, was passiert da oder dort. Wenn Erwartungen tatsächlich als Filter wirken, dann wären klassische wissenschaftliche Untersuchungen sowieso ausgeschlossen. Deswegen sage ich ja, man versucht, Experimente zu machen, man probiert aus. Inwiefern das nachher wissenschaftlich behaftet ist, da ist es schon sehr schwierig zu sagen, ja, wir können damit arbeiten. Sie sind seit einiger Zeit mit einem Medium in Kontakt, Bettina Sophie Rohde. Planen Sie eine intensivere Zusammenarbeit? Also Bettina ist so unsere stille Flüsterstimme im Hintergrund. Also mit ihr quatsche ich viel. Auch gerade mal, wenn es um diesen Bereich geht, hat sie mir schon ganz viele Infos gegeben können. Das schätze ich auch sehr. Wir haben ja dieses Projekt in Stuttgart mit ihr gehabt. Das fanden wir mega interessant, einfach mal als stiller Teilhaber an so einer, sag ich mal, spirituellen Abend teilhaben zu dürfen. Worum ging es bei dem Treffen? Bettina hat uns eingeladen, nach Stuttgart mal zu kommen, dass wir sagen, okay, weil sie einfach sagt, das, was ihr als Hobby technisch macht, ist ja quasi schon auch ein bisschen auf der spirituellen Geschichte unterwegs. Und wir haben gesagt, okay, mach du deinen Abend. Wir stellen unsere Geräte, unsere Technik dazu bereit und stehen einfach nur und machen eigentlich gar nichts. Wir haben nur still beobachtet und sie haben tatsächlich auch mit diesem Witcher-Board gearbeitet, einfach mal so zu zeigen, wie das bei ihnen so abläuft, auch dieses Spirituelle einfach mal festzuhalten, zu sehen. Und wir haben unsere Geräte und haben tatsächlich, und das fand ich spannend, tatsächlich da auch eine Sprachaufzeichnung machen können ohne Stimme, was auf Französisch sagt. Und bei uns hat keiner zu dem Zeitpunkt Französisch gesprochen, geschweige, dass ich Französisch sprechen kann. Mit welcher Technik haben Sie gearbeitet? Also wir haben ja handelsübliche Diktiergeräte laufen lassen. Es gibt auch H2s, die so empfindlicher sind und so weiter. Und haben gesagt, okay, wir stellen da einfach mal auch ein bisschen Fragen. Und die Geräte liefen da eben, wie gesagt, mit. Sie hatte einen medialen Kontakt? Ja, einen Kontakt, genau. Und dann kam einfach diese Sprachaufzeichnung, wo ich gesagt habe, es hat zu dem Zeitpunkt niemand da Französisch gesprochen. Die haben Sie nachher gefunden. Genau, die haben Sie nachher in der Analyse gefunden. Dann habe ich Bettina gefragt, kannst du mit dem was anfangen? Und sie konnte mir das tatsächlich dann belegen, dass da – ich meine, in Paris – irgendwas passiert ist im Vorfeld, dass das dann belegt hatte. Und das fand ich dann schon spannend, dass wir da quasi mit unserer Technik das, was sie da quasi in spiritueller Ebene gearbeitet hat, dass wir sagen konnten, okay, wir haben es hier technisch, wir können das sogar hinterlegen. Weil es ist ja von Ihrer Seite her, es ist ja nichts Greifbares. Man sagt ja immer, ach, die Medien, die können ja jetzt viel erzählen, sage ich immer in Anführungsstrichen. Und wir konnten das Nicht-Greifbare tatsächlich auch greifbar machen. Das fand ich schon spannend. Aber der Kontakt ist für Sie auch deshalb interessant, weil Sie einen weltanschaulichen Hintergrund für das liefert, was Sie dort und da an Phänomenen erleben. Richtig. Also man muss immer unterscheiden, was erlebe ich vor Ort und was zeigt nachher die Analyse. Vor Ort, wenn da noch klar Schritte gehört werden, super, Jackpot. Aber die Analyse nachher, die ja wirklich, man muss sich ja vorstellen, da stehen acht Kameras, da stehen fünf, sechs Aufnahmegeräte. Das muss eins zu eins ausgewertet werden. Da gehst du nicht mal irgendwo hin, kommst du daheim und sagst, okay, toller Abend, das Wochenende habe ich wieder was erlebt. Nee, da heißt es nachher noch zwei, drei Wochen tagtäglich nach der normalen Arbeit, die man ja auch noch zu verrichten hat, da nachher noch hinzusetzen, analysieren, noch mal zusammen zu sitzen, noch mal am Tisch zu sitzen, eine Dokumentation danach herauszumachen, dass man sagt, das haben wir so und so festgestellt, dass es auch derjenige, der das anschaut, dann versteht, was du da hast. Es ist schon einen enormen Aufwand an Zeit, den du da in dieses Hobby investierst. Und das darf man nie außer Acht lassen. Wenn man das so seriös, ich nehme es mal anfangen, dieses böse Wort seriös betreiben möchte, dann hat man da schon richtig was zu tun. Das muss man schon so sagen, ja. Warum ist seriös ein böses Wort? Weil ja einfach, manche einfach hier auch in der Medienwelt, sage ich mal, ich beobachte es ja auch immer gerade so, wie wird man denn dargestellt? Die Medienwelt macht dann immer so dieser, ich sage immer, dieser Lachsmiley noch dazu. Gerade in Deutschland ist es so, dass man hier, wir wollen da ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben. Wir wollen da schon mal zeigen, das ist Ghosthunting, nicht das, was hier so über irgendwelche Medien gezeigt wird, dass es so meistens dieser Hollywood-Effekt noch drin ist, dass es klar unterhaltsam ist. Und da sehen wir einfach uns auch in der Pflicht, sage ich mal, da vielleicht ein bisschen Aufklärung zu zeigen. Das ist Ghosthunting, so schaut es da an. Deswegen ist für uns dieser schriftliche Bericht, der auf unserer Homepage ist, sehr detailliert. Und auch die Dokumentation selber ist für uns einfach dieser Punkt, den wir einfach für uns als Aufgabe gemacht haben. Sie tragen ein auffälliges Ghosthunter-T-Shirt. Wie geht es Ihnen in Deutschland, wenn Sie als Ghosthunter auftreten, im Vergleich beispielsweise mit Irland? Ja, also in Deutschland ist schon sehr verhalten, das ganze Thema. Also man schaut und belächelt es, na klar, auch noch sehr, durch das, was wir jetzt in Irland erfahren durften. Irland ist da sehr, sehr offen. Die sagen, es gehört dazu, einen Hausgeist zu haben. Die sind da offen, die kommen auf der Straße auf dich zu. You're a real Ghosthunter, cool, Respekt, was ihr da macht. Und die sagen auch gleich da und da passiert das und das. Das würde dir hier in Deutschland nie passieren. Also von dem her, hier in Deutschland immer noch sehr verhalten. Es ist schon besser geworden, ich nenne es jetzt mal so, dass die Leute sehr viel hinterfragen. Was macht denn jeder da wirklich? Das passiert schon. Aber ja, es ist Deutschland. Und da versuchen wir einfach auch, nicht nur wir, auch andere Teams, einfach da ein bisschen Aufklärung zu bringen. Haben Sie nicht den Eindruck, dass Ghosthunting momentan auch so etwas wie eine Modeerscheinung ist? Wir oder ich persönlich beobachte schon, dass viele Teams da gerade kommen aus allen Ecken Deutschlands. Und ich frage mich halt immer, was ist denn so der Anlass dazu? Ist es jetzt ein TV-Format, das im Fernseher rüberflimmert, das sagt, cool, die erleben da tolle Sachen. Ich habe ab dem Wochenende da was vor, möchte ich hier eine schnelle Community aufbauen und die unterhalten werden möchte. Und ganz schlimm fand ich einen Satz, der mich denn wirklich zum Nachdenken gebracht hat, wo denn dieses Thema Fake, was noch klar heutzutage auch eine Rolle spielt. Ja, ihr faket doch, dass ihr da Leute… und dass dann die wirkliche Community sagt, es ist mir eigentlich egal, ob die faken oder nicht. Hauptsache, ich bin gut unterhalten. Und da sage ich dann, jetzt heißt es aufpassen. Was möchte ich mit Ghosthunting erreichen? Möchte ich hier eine Community aufbauen, die ich unterhalten möchte? Oder möchte ich ja wirklich auf dieser seriösen Arbeit, diese Arbeit, die ja wirklich so ein bisschen belächelt und beäugt wird, möchte ich da wirklich auch seriöse Arbeit leisten können? Und der Punkt sehe ich da schon, dass man da aufpassen muss. Teams kommen, Teams gehen, aber welche da das dann ernst meinen und das richtig ausarbeiten, das ist schon anzuschauen. Kann man sagen, dass es doch auch ein Ziel Ihrer Arbeit ist, das materialistische Weltbild zu hinterfragen? Ja, also würde ich schon so sagen, dass man einfach mal sagt, ich bin da und gucke da in beide Richtungen, ob das jetzt einer jetzt möchte oder nicht. Ich sage ja, für manche gibt es einfach hier das Leben hier zu Ende und das war es dann einfach. Aber da vielleicht mal auch auf die andere Seite mal zu schauen, was gibt es da vielleicht doch, das ist so vielleicht unser Job. Das war, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Arbeit und herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich, dass Sie da waren.